Grüßt euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Stanley Parable. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen, werde sicherlich. Das verbiete ich auch immer noch genau in eurem Ohr. Aber wir werden heute mal einen Cheat eingeben, und zwar einen sehr geilen. Zumindest steht das hier, dass es ein quasi Ende anmacht, und zwar sv-cheat. Abstand 1. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Wir laden. Sehr geil. Das ist die größte Sache, das ist die größte Sache. I relate this story to impress upon you the extent to which this is the most serious room I have which is why I brought you here You just tried to activate server cheats which of course runs the risk of breaking the entire game You've got no respect for the strict order of scripted narrative events and I just can't have that It's time to get serious, Stanley No jokes, no games Outside of this room, I might be more tolerant of those things but now we're in the room which is why I'm subjecting you to the most serious punishment I can think of 100 billion trillion years standing here in the serious room Perhaps after that we can talk about the severity of your actions and whether you've learned anything But until then serious room go Hammergeil Deswegen steht jetzt hier auch serious als Beschreibung Sehr geil Können wir jetzt hier irgendwas machen? Hallo, ich will raus Hm Hm, ich weiß was, wie ich das nicht so serious haben kann Hehehehe Hehehehe Facepunch-Texturen und schon ist das schaut das so ein bisschen aus wie so das wollte ich gerade sagen wie ein Vergewaltigungsmarkt, genau wie in einem Irrenhaus ein bisschen Hm So Wieder normal und passiert jetzt hier irgendwas? Kann ich vielleicht hier unter den... Ne Kann ich hier rauf? Schau nicht so aus Ne Kann ich hier irgendwo durch die Wand durch? Oder gibt's hier echt nichts? Ich meine, es ist ein Ende steht hier auf dem Flipchart wo man neu starten muss manuell und nicht irgendwie genau wie das Heaven End im Letzten Hm Hm Na Gut Dann Restart Mit dem Restart geht auch die Konsole weg Deswegen konnte ich das gestern nicht machen weil ich da mal zu viel gerestartet habe Muss noch ein bisschen trinken Ja, vielleicht aber wir wissen es besser Entschuldigung Ich weiß Es gibt nur noch eine Sache Nein Wir gehen durch die rechte Tür Nein, ich möchte das letzte Ende zeigen Das werden wir tun Aber wir werden dann nicht gerade erst weitergehen sondern den Aufzug betreten und bis auf das eine Ende was man bekommt wo man vier Stunden das Baby-Spiel spielt ist das hier das glaube ich überhaupt letzte aus dem Spiel was ich zeigen kann zumindest laut dieser Flipchart oder das Festpunch habe ich gezeigt das habe ich gezeigt das ja ja nee das sollte das letzte sein Nein und letztes Ende wir kommen nach einem kleinen Ladescreen den ich nun mal für die Tee-Pause nutze hier kann ich nicht rein okay der folgt mit mir oh no no it's to the right my mistake haha 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 no 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 not the right why would I have ever said it was to the right what was I thinking it's clearly oh dear would you hold on for a minute please now let's see we went down right left down left right yep yep okay okay yes I've got it now this story is absolutely definitely this way falls ihr jetzt gerade so popp gehört habt das ist mein Mikrofon hab ich wieder angeschaltet ich hab nämlich kurz mich husten müssen mich husten müssen vor allen Dingen okay Moment das ist doch der das Parkdeck hä hä no 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 this isn't right at all you're not supposed to be here yet this is all a spoiler quick Stanley close your eyes okay 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 we just we just have to get back to um oh who am I kidding it's all rubbish now the whole story completely unusable how about rather than waste my time trying to salvage this nonsense we'll just restart the game from the beginning and this time suppose we don't wander so far off track hmm okay from the top oh jetzt restarted er unser Spiel sehr geil nice und das Hevending hier ist weg wahrscheinlich weil wir uns bereits in der Wende befinden all these co-workers were gone what could it mean danny decided to go to the meeting room perhaps he had simply missed a memo lord jetzt huh huh wait wait what no no I restarted I swear I definitely restarted the game over completely fresh everything should be oh did something change Stanley did you change anything when we were back in that room with all the monitors did you move the story somewhere or hold on why am I asking you I'm the one who wrote the story was right here just a minute ago I know for sure that it's here somewhere okay then it's an adventure come Stanley let's find the story okay okay huh 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 what the fuck I'll say it Das Ende heißt übrigens Confusion, also Verwirrung. Ist logisch, warum, oder? Ich frage mich, was jetzt seltsam sei, ist. Okay. Nice. Jetzt ist hier auch irgendwas im Arsch, oder? Okay. Oh, ein unendlicher Raum. Sehr geil. Jetzt ist hier kein Ausgang mehr, oder? Ich wette. Oder es geht woanders lang. Nice. WTF ist das hier? Ja, das ist... Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ist das die Geschichte? Ich glaube nicht so. Ich glaube nicht, aber ich glaube, meine Geschichte ist in einer office-bindung. Ist das richtig? Hm. Ich bin richtig. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Ich fühle mich bei weitem nicht so accomplished durch den Sieg wie bei Five Nights at Freddy's. Bei weitem nicht. What the fuck? All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Trademark. Just follow the line. How simple is that? Trademark. The line, Trademark. Stanley Parable Adventure Line. Sehr ernsthaft. Kann ich die Tür... Ich kann die Tür gar nicht schließen. Ja, klar, wir sind in einem Ende. Nice. Gut, folgen wir der Linie. Das wird sicher noch lustig. Oh, okay. Hier war noch nie offen. Hier ist aber mal jemand langgegangen. Ich frage mich. Sehen wir da jetzt jemanden? Ne. Schade. Aber hier war jetzt auch mal jemand langgegangen. Vorige Folge oder so. Das ist nicht wo die Geschichte ist. Es ist in dieser Richtung. Auf geht's, Stanley. Auf der destiny. Doch hier ist ein Gefühl. Würden wir nicht, wo wir enden, sein, unser Bestand? Auch wenn es keine Geschichte ist? Oder zu sagen, es die Geschichte von kein Bestand ist noch eine Geschichte? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa, 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 whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Okay, what the fuck hat der jetzt gerade versucht uns zu sagen. Und der Busy ist glaube ich relativ laut. Oh, 06. Wir waren noch nie so weit unten mit der Nummer. Wir kommen immer weiter zum Anfang, glaube ich. Das sind die Hexadezimalzahlen für... Äh, 16, 32, oder 5, ist... 37? Ja, 37. Geil, das sind Hexadezahlen. Die kommen jetzt erst ins ins ins. Yeah. Nice. Keine Mucke und dadurch... Okay, ich dachte, wir sind gerade wieder bei diesem... ...bei diesem Aufzug, wo alles angefangen hat. Ich gehe absichtlich nicht der geraden Weg, sondern genau der Linie nach. Ist cool nämlich. Oh, wir sind bei den Piers. Ha, ha. Hä? Ach. What the fuck? Okay, what the fuck? Hier ist alles sehr seltsam. Ich mag es jetzt schon. Okay, Sekunde, was ich nur kurz sagen wollte. Das ist echt geiles letztes Ende. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. So, ich wollte mal schauen, wie lange ihr das aushaltet und ich nichts mehr zu machen. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Es ist einfach nur lustig und dämlich. Wait, but we're back at the office? No, no, no. Oh, Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Äh, ich hoffe, die, die, ich, führt sie uns jetzt vielleicht wieder zum Minecraft oder Portal. Das wär so genial. Oh, no, 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 not again, Line. How could you have done this to us? After we trusted you. After everything we've been through, you, oh, I can't take this anymore to hell with it. Restart. Sehr nice. Äh, ich kann mich nicht bewegen doch jetzt. You know what, Stanley, I say forget the adventure line, what's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Oh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wondering in, well, I don't know. How about this direction? Okay. Der ist auch schon verzweifelt und weiß nicht mehr, was geht. This is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley. I'm ready for it. Ich hätte gern irgendwas, wo man einen, irgendeinen Riesen besiegen muss oder sowas. Ich weiß nicht, was ich gern hätte. Ich hab versucht, irgendwas auszudenken. Mir kommt bei sowas nie eine gute Idee, wenn das nicht spontan ist. Ja, Mann. Also, wir kommen wahrscheinlich genau wieder dort raus oder in einem Nebenraum von dem Zimmer. Oder. Hallo. I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it. We should be fine. Nimm SIE trademark nicht wahr. Ja, aber das ist der einzige Weg und die line sagt, wir müssen den einzigen Weg gehen. Ich mein, ach so, hier verschwindet sie. Sehr gut. Das heißt, wieder ohne line. Oh. Yes. Ah, a choice. Yes. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay. So I know that each door has to lead somewhere. Which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come Stanley, our destiny awaits. Okay, und was mit der linken? Oder mit der? Nix. Aber hier scheint sich etwas zu geben. Oh, hold on. What's this? Hmm. Hmm. The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this, this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer... Stopped? Does that mean, um, did we do it? Did we break the cycle? The, um, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey. Though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So, I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime... What the fuck? Passes is echt das, was da stand? Nö. Wobei... Wobei... Was war jetzt? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply Mr. Memo. Aha. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Okay. Es scheint alles wieder beim Alten zu sein. Ich glaube, das Spiel ist jetzt tatsächlich dieses Ende... Hat dieses Ende durch. Wäre auch ein bisschen sehr lang. Über 20 Minuten. Ein einziges Ende. Das Einzige, was ähnlich lang war, war das mit den Games. Also mit den Spielen. Mit Minecraft und Portal und so. Ja, dann würde ich sagen, in einer etwas kürzeren Episode, aber mit dem... Vielleicht neben dem einen Ende... Hm, ich weiß nicht. Ich glaube sogar, das war mein Lieblingsende. Das Einzige, was ähnlich geil war, ist, als wir da... verrückt geworden sind und dann vor dem Bus gesprungen sind als Stanley, nachdem wir mit uns selbst gesprochen haben. Ihr erinnert euch, das war... Ich glaube, der zweite Part... Ich glaube, es war der zweite Part sogar. Ja. Aber ich würde sagen, das war es für das Jahresendprojekt dieses Jahres 2015. Das Stanley Parable ist hier mit durch. Es gibt... Bis auf das eine Ende mit den vier Stunden Babyspiel, was ich nicht tun werde. Obwohl ich krank bin, habe ich doch Besseres mit meiner Zeit anzufangen. Wie zum Beispiel die Daumen zu drehen ist sinnvoller. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und wahrscheinlich dann erst im nächsten Jahr oder morgen beim Silvester Special. Ich hoffe, meine Stimme ist bis dahin wieder so gut, dass ich diese ganzen Tech-Fragen vorlesen kann. Egal. Ich würde sagen, wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute. Tschüss, Leute.